Ich will mal kurz darüber reden, wie undankbar es einfach ist, mit Kindern in den Urlaub zu fahren. Ich bin ja gerade mit meinen zwei Kindern für zehn Tage in Schweden. Hier schläft übrigens keiner. Hier schläft der eine. Ich schlaf hier. Also genau diese Rille ist meine. Hier schläft der andere. Ich hab schon überlegt, ob ich einfach ins Kinderbett auswandere. Aber okay, alles gut. Wir spielen hier von morgens bis abends. Ich zeig euch mal einmal. An dieser Tischtennisplatte habe ich 35 Stunden am Stück gespielt mit denen. Wir waren krebseangeln. Entertainment pur von morgens bis abends. Und es ist zwar genauso anstrengend wie letztes Jahr auch, aber letztes Jahr oder egal wo wir in Urlaub fahren, man strengt sich ja immer richtig an. Und dann sitzen wir gestern am Tisch und reden so zufällig über den Urlaub im letzten Jahr. Da erinnern sie sich gar nicht mehr dran. Und dann denke ich so nach und denke so, also eigentlich erinnerst du dich auch nicht mehr an Urlaube, die du als Kind gemacht hast, so unter, sagen wir mal, zwölf. Also die Moral von der Geschichte ist, in Urlaube mehr mit den Kindern unter zwölf. Die Kissen gehe ich jetzt auch erstmal wechseln, weil da erinnern sie sich nächstes Jahr eh nicht mehr dran.